Willkommen auf dem größten Vergnügungsschiff, das je gebaut wurde. Lasst uns feiern, Freunde! Ich hab was auf dem Monitor. Sowas hab ich noch nie gesehen. Eine Fehlfunktion, Sir. Völlig unmöglich. Wo kommt das her? Keine Ahnung, Sir. Aber was auch immer es ist, es ist verdammt groß. Vergessen Sie alles, wovor Sie bisher Angst hatten. Then yes. Oh Gott, was ist das? Hat der Tod einen neuen Namen? Ich hab irgendwie ein verdammt schlechtes Gefühl. Sie sind überall. Machen wir, dass wir hier rauskommen! Was zur Hölle ist das? The girl from Ipanima. Ich hab ja schon ne Menge erlebt. Aber das ist ne Nummer zu groß für mich. Los, verschwinden wir. Ach ja, und wie? Ach ja, und wie? Oktalus. Du bist der Nächste. Oktalus. Oktalus. Hel. Hier.